Untertitelung. BR 2018 Herzlich willkommen. Es ist eine große Freude für mich, dass endlich eine neue Botschafterin von Deutschland kommt. Und wie ich verstehe, es ist das erste Mal, dass eine Frau von Deutschland in Deutschland ist. Und unsere Beziehungen sind traditionell sehr gut und Deutschland ist zwischen unseren strategischen Partnern. Und deshalb bin ich persönlich sehr froh, dass wir diese Beziehungen auf allen Ebenen entwickeln. Und wir sind jetzt im Parlament und ich bin sehr froh, dass auch auf parlamentarischer Ebene unsere Kontakte sehr gut sind. Im vorigen Parlament, als ich das erste Mal als Vorsitzende gewählt war, ich war auch auf einem offiziellen Besuch in Deutschland.